Was haben wir als Virologen gelernt? Wir haben jede Menge dazu gelernt. Wir haben vor allem molekulare Eigenschaften gelernt. Wir als Virologen kennen zum Beispiel sein Genom. Auf dieser Basis haben wir sehr präzise, molekulargenetisch definierte Diagnostikmöglichkeiten geschaffen. Wir haben gelernt, wie es sich überträgt, zum Beispiel die Bedeutung der Aerosolübertragung. Und wir haben gelernt, welche Bedeutung die Eigenschaften des betroffenen Patienten haben für den Krankheitsverlauf. Dass wir einerseits asymptomatische, klinisch stumme Infektionsverläufe haben, auf der anderen Seite schwer kranke Patienten, die an dieser Infektion versterben. Und diese große, außergewöhnliche Spannweite der Verläufe produziert natürlich auch die Probleme, die viele Menschen mit dieser Infektion haben und die manches Unverständnis in der Wahrnehmung der Erkrankung erzeugt. Es gibt eine unbekannt große Zahl von Coronaviren, weil Coronaviren ja bei ganz vielen Wirbeltierspezies vorkommen. Zum Beispiel bei Fledermäusen. Und wahrscheinlich geht ja auch das SARS-CoV-2-Virus auf eine Fledermaus zurück. Von daher muss man sagen, es gibt eine gigantische Zahl an Coronaviren. Bei Menschen gibt es bekanntermaßen vier herkömmliche Coronaviren, die respiratorische Infektionen von eher geringerem Schweregrad erzeugen. Und dazu gibt es drei höher pathogene Coronaviren. Eines davon ist das neue SARS-CoV-2-Virus. Von diesen höher pathogenen Coronaviren muss man aber sagen, dass zwei es nicht geschafft haben, sich in der menschlichen Population dauerhaft zu etablieren. Das SARS-CoV-1-Virus, was die Epidemie von 2002, 2003 verursacht hat. Und auch das MERS-Coronavirus hat es nicht geschafft, sich dauerhaft im Menschen fortzupflanzen. Aber SARS-CoV-2, was wir jetzt vor uns haben, ist in dieser Hinsicht eben viel erfolgreicher. Kreuzimmunität ist ein Begriff aus der Immunologie und bezieht sich auf die spezifische, adaptive Immunantwort, also Antikörper und T-Zellen. Es bedeutet, dass ein Antikörper eine T-Zelle gegen verschiedene Erreger gleichzeitig reagieren kann. Und von daher erwirbt man bei einer Kreuzimmunität durch eine Infektion eine Immunität gegen einen zweiten Erreger. Es ist nachgewiesen, dass T-Zellen jedenfalls auch einige Antikörper eine Kreuzimmunität gegen verschiedene Coronaviren zeigen können. Ob das klinisch für den Verlauf sehr erheblich ist, das wissen wir noch nicht so genau. Leider nein. Die Entwicklung eines Impfstoffs ist eine komplizierte Angelegenheit. Das kann man daran erkennen, dass gegen verschiedene Infektionserreger bisher keine Impfung gefunden werden konnte. Denken Sie etwa an HIV oder an Hepatitis C. Von daher muss man sagen, die Entwicklung eines Impfprogrammes vom Impfstoff bis zu seiner Erprobung bezüglich der Effizienz und der Sicherheit und seiner epidemiologischen Eigenschaften ist ein langfristiges Projekt. Und kann nicht innerhalb von wenigen Monaten oder etwa einem Jahr bewerkstelligt werden. Bei Medikamenten kann man sagen, wenn Medikamente bereits klinisch erprobt sind und sie sind wirksam, dann hat man einen Glücksgriff getan und man kann sie sofort einsetzen. Aber man musste bisher doch feststellen, dass die Medikamente, die wir bereits kennen gegen das neue SARS-Coronavirus, nur eine sehr begrenzte Wirksamkeit haben. Und von daher hochwirksame Medikamente haben wir bisher nicht und ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis wir über solche Medikamente tatsächlich verfügen. Theoretisch ja, aber das ist natürlich in der Praxis nicht zu bewerkstelligen, fürchte ich. Es gibt vielleicht eine kleine Einschränkung. Es gibt natürlich auch selten Dauerausscheider eines Virus und die werden auch in 14 Tagen das Virus nicht verlieren. Von daher wird auch dieses Gedankenexperiment nicht ganz sicher dazu führen, dass das Virus eliminiert wäre. Die jetzige Situation ist enorm innovationsfördernd und wir lernen viel über übertragbare Erkrankungen. Das kann man daran erkennen, dass die Eindämmungsmaßnahmen, die wir im Rahmen der Corona-Pandemie etabliert haben, auch gegen andere Virusinfektionen offensichtlich wirksam waren. Wenn man etwa auf die Maserninfektionen dieses Jahr in Deutschland blickt oder auf die Influenza-Infektionen in der Südhalbkugel dieses Jahr, dann muss man sagen, diese Virusinfektionen wurden durch diese Eindämmungsmaßnahmen deutlich reduziert. Und von daher muss man davon ausgehen, dass wir etwas Generelles durchaus lernen. Auch andere Innovationsmethoden, etwa die Sterilisation der Luft, wird sicher jetzt entwickelt und für andere Infektionsbekämpfungsmaßnahmen in der Zukunft neue Horizonte eröffnen.